Jetzt kann ich den Kanal eigentlich fast dicht machen oder mir irgendeinen Anspruch von Fußballwissen dicht machen. Und am meisten zur Reaction auf meine Saisonprognose vor der abgelaufenen Saison 2021. Ich brauche hier nicht anlügen, ich habe natürlich schon mal reingeschaut, das ist nicht das erste Mal seit dem Upload damals, dass ich die wieder sehe. So vier Tage vor Saisonbeginn habe ich die damals hochgeladen, auch 22 Tage vor dem Ende vom Transferfenster damals im Sommer. Habe immer wieder genannt, zuerst Fakten, Transfers, Kadergröße, Durchschnittsalter, historische Platzierungen und so weiter. Gehe hier aber hauptsächlich auf den Prognoseteil am Ende von jedem Verein ein. Wer sich nochmal alles anschauen will, natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, klare Geschichte. Habe auch einiges statistisch begründet, gerade im Abstiegskampf. Das Einzige, was ich aber halt durchgängig laufen lassen werde oder einmal durchlaufen lassen werde, ist halt der VfB-Teil. Was ich da alles komplett gesagt habe vor der Saison. Die Prognose geht ja schon, das Video, die Prognose geht ja schon mal eine halbe Stunde an und für sich. Das würde dauern, bis wir hier das Ding komplett durch hätten in der Reaction. Hier geht es ja hauptsächlich ums Ergebnis. Was habe ich am Ende für eine Tabelle getippt, um diese Plusstellung, wenn man es so nennen will. Also, los geht's. Und das 1, ja, das soll es anders sein, FC Bayern München. Ich sehe einfach keinen anderen Meister. Das ist gar nicht wegen dem Bayern so. Vorbereitung lief nicht so. Und das muss sich vielleicht erstmal so ein bisschen einlaufen, das ganze Neue dort. Aber ich glaube einfach, dass der Rest wieder zu unfähig sein wird. Also Dortmund, Leipzig, egal wer, die sind normalerweise unfähig genug, dass die beiden auch gefühlt mit 50% irgendwie diese Liga geholen. Deswegen bleiben die Bayern bei mir auf Platz 1. So, da haben wir den ersten komplett richtigen Tipp schon mal. Aber gut, die Bayern als Nummer 1 zu tippen, ist nicht unbedingt schwierig. Ich finde auch, die Prognose hat schon gepasst. Also, diese Saison lag auch wieder viel an anderen. Die Bayern waren jetzt nicht 100% konstant so. Aber am Ende des Tages erster. Und hier null Plätze Unterschied. Platz 2 dahinter ist der BVB. Verbessert sich um eine Position. Ja, klar, Sancho war ein dicker Abgang. Der ist aber, glaube ich, ersetzt. Sollte verkraftbar sein. So doof es klingt. Ich habe irgendwie keine große Gefahr, dass er den nicht ersetzt bekommen. Rose sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass sie eben da in der kleinsten Krise direkt wieder Terzic irgendwie zurückrufen werden. Oder halt die Fans wieder nach Terzic rufen werden. Mal gucken, wie da so das klappt. Die haben ja Terzic jetzt auf irgendeine andere Position im Verein verlegt quasi. Mal gucken, ob die Gefahr wirklich real wird dann. Aber ich sehe am Ende des Tages eine solidere Saison mit einfach Champions-League-Quali am Ende. Und da ist Volltreffer Nummer 2. BVB auf Platz 2. Null Plätze Unterschied. Gut, auch da wieder nicht dermaßen schwer. Natürlich ein bisschen schwerer zu tippen, als jetzt die Bayern auf die 1 zu setzen. Ich finde, mein Take ist auch gar nicht so verkehrt. Also das Rose- und Terzic-Ding hatten wir während der Saison auch so ein bisschen. Jetzt nicht so viel, wie ich es vorher gesehen hätte. Aber ein bisschen hat es jetzt ja ergeben. Rose hat die Saison durchgehalten. Klar, Euroleague nicht so gewesen. Oder davon noch Champions League vor allem nicht. Pokal auch nicht so gewesen. Am Ende jetzt weg. Und dann eben doch der Terzic da. Also der Call war schon nicht verkehrt. Sancho ersetzt bekommen, weiß ich nicht so unbedingt. Aber was gestimmt hat, sie hatten zumindest was Bunziger angeht, eine deutlich entspanntere Saison. Platz 2 ist was anderes, als sich gerade noch so in die Champions League zu retten. In der letzten Saison. Auf Platz 3 folgt dann RB Leipzig auch neuer Trainer Jesse Marsch. Also ich sehe keine große Gefahr. Marsch hat auch so ein bisschen diese RB-Schule in sich. Kommt ja aus Salzburg. Das wird schon funktionieren bei denen. Ja, zu Red Bull gab es mal einen kürzeren Take bei mir tatsächlich. Weil ich dachte, es läuft recht flüssig. So Jesse Marsch, das wird schon passen. So in den Champions League und so. Prognose am Ende gut gewesen. Nur ein Platzverschiebung in der Champions League. Also alles im grünen Bereich so. Aber natürlich ist es so viel, viel unsolider als gedacht. Am Ende noch Terzic gerade noch so in den Champions League gebracht. Auch wie gesagt, Jesse Marsch lief nicht. Also Prognose vom Inhalt nicht 1 zu 1. Aber Tabellenplatz passt. Und dann schwierige Entscheidung. Aber ich setze auf Platz 4 bei Leverkusen. Auch mit neuem Trainer. Die könnten, glaube ich, die Problematiken nutzen, die ich jetzt bei Klubs noch sehe, die jetzt dann später auf andere Positionen kommen. Und letzte Saison eben so um Platz 4 und Platz 5 gestielt haben. Da können sie vielleicht reinstoßen. Aber der Platz 5, der jetzt gleich kommt, könnte genauso gut auch Platz 4 einnehmen. Und Leverkusen auf Platz 4 in die Champions League. Da mit jedem Champions League-Club richtig getippt. Hier auch wieder ein Platzabweichung so. Aber mein Gott, Champions League richtig getippt. Bin ich sehr zufrieden mit. Auch wenn ich mir den späteren Verlauf der Prognose noch so angucke. Oder wir uns den gleich angucken werden. Deswegen, Take war auch okay. Aber ich war mir echt nicht sicher vor der Saison. Deswegen bin ich da echt zufrieden mit. Weil ich dachte eher, dass da Klubs, die jetzt gleich auf 5, 6 und so weiter kommen, doch auch Chancen hätten, da reinzurutschen. Das war dem aber überhaupt nicht so. Nämlich genau dieser Platz 5. Borussia Mönchengladbach mit neuem Trainer Adi Hütter. Könnten, wie gesagt, auch wie Leverkusen die Probleme, die ich jetzt bei den weiteren Klubs, die später kommen, sehe, noch nutzen, die da reinstechen. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leverkusen und Gladbach. Es ist schwierig gefallen, mir das zu sagen. Aber irgendwie, ich habe so ein Gefühl, Hütter noch diese Vergangenheit bei Frankfurt und da auch die Champions League gejokt am Ende. Vielleicht sticht da doch eher Leverkusen noch rein. Mal gucken. Aber es ist irgendwie so ein 50-50-Ding. Ich setze Gladbach aber auf Platz 5. Naja. Also statt Platz 5, wo uns am Ende 5 Plätze unterschiedlich getippt hat. Gladbach 5 Plätze schlechter. Eine wirklich, wirklich schlechte Saison gespielt für Gladbacher Verhältnisse. Kein internationaler Wettbewerb und auch absolut kein Rennen mit Leverkusen um Platz 4 und die Champions League im Leben nicht. Und jetzt kommt Problemfall Nummer 1 quasi. So ein bisschen halt aus meiner Prognose raus, aus meinem Bauchgefühl raus. Ja, wie gesagt, ich bin mir da einfach nicht so ganz sicher mit Marc van Bommel, ob das funktioniert. Es könnte eben dieser eine Trainer sein, wo es eben nicht klappt. Diese eine neue Verpflichtung, die nicht funktioniert, weil, wie gesagt, außer Top 8 sind es sieben Trainerwechsel. Bei irgendwem wird es nicht funktionieren. Das wird nicht überall aufgehen. Und ich habe keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, ob das in Wolfsburg funktioniert. Und auch hier dasselbe Bild. Hier statt Platz 6 sind es 6 Plätze schlechter, als ich es getippt habe. Also der Call, dass van Bommel vielleicht der erste ist, der auch rausfliegt als neuen Trainer, den hatte ich ja nicht alleine so. Die meisten hatten auch van Bommel getippt und es hat auch nicht funktioniert und er ist dann rausgeflogen. Ich habe es aber trotzdem noch auf Platz 6 getippt. Ich habe trotzdem Wolfsburg noch was zugetraut nach eben einer Champions League Qualifikation. Die haben Champions League gespielt diese Saison, hat man fast vergessen so. Aber so am Ende des Tages natürlich komplett in die Tonne gegriffen mit der Prognose. Und quasi so Bauchgefühl Problemfall Nummer 2 kommt jetzt Eintracht Frankfurt Platz 7. Also ich sehe da wirklich eine schwierigere Saison, auch mit dem ersten Runden aus direkt schon. Klar, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, passt das? Ich glaube nicht, dass es nochmal so eine Saison, wo du an der Champions League kratzt. Weil Frankfurt, klar, letzten Saisons war stark immer wieder Euroleague, aber wenn man dann ein bisschen länger in die Historie reinguckt, das ist eigentlich auch nicht die Ecke, dass die da ständig zwischen 4 und 7 quasi rumgammeln. Würde mich nicht wundern, wenn sie da rausrutschen. Ich habe es jetzt mal noch auf Platz 7 gesetzt, ist aber auch wieder so ein 50-50 Ding, um quasi die Conference League mit dem Platz 8, der jetzt recht kommt. Da ist der nächste Call, der nicht unbedingt so treffend war. Also ich habe erstmal mit Glasner das Passende zu Frankfurt so ein bisschen abgesprochen. Am Ende werden sie Euroleague-Sieger. Dasselbe auch generell mit zwischen Platz 4 und Platz 7 rumgammeln. So ein bisschen europäische Ansprüche abgesprochen. Jetzt spielen die Champions League durch den Euroleague-Sieg. Schwierig. Also Bundesliga-Saison-mäßig war es, glaube ich, eigentlich gar nicht verkehrt. Also die war natürlich deutlich, deutlich schwächer als letzte Saison. Bei mir trotzdem werden sie noch auf Conference League-Platz gelandet mit Platz 7. So war es natürlich auch wieder viel weniger. Vier Plätze schlechter. Aber ja, der Call, schwierig. Und diesen Platz nimmt Hertha BSC ein. Da ist auch der Trainer gleich wie letzte Saison. Paul Dardai, da ist Bobic neu. Dardai hat den Spirit, würde ich sagen. Ist, glaube ich, gerade der optimale Trainer für die Hertha. Transferfenster auch in Ordnung sowieso. Die haben ja wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Kader am Start. Auch sehr viel getestet, also auch sehr viel probiert dann in Vorbereitungen. Es können tatsächlich vielleicht sogar in Richtung Europa gehen. Eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frankfurt, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Wegen eben Problemen, die ich bei Frankfurt sehe. Ja, mal gucken, können die auch auf Platz 7 hüpfen und Frankfurt auf 8. Das ist so ein Fifty-Fifty-Ding, wie auch vorher in Leverkusen und Gladbach. Und vielleicht könnten sie halt eben doch diese Lücke reinreißen oder in diese Lücke reingehen, die vielleicht eben Klubs wie Wolfsburg und so weiter so ein bisschen aufreißen könnten, wo vielleicht halt mal der Trainer nicht zündet, der jetzt neu da ist. Bin mal gespannt. Puh, also jetzt wird es halt, jetzt kann ich den Kanal eigentlich fast dicht machen oder mir irgendeinen Anspruch von Fußballwissen dicht machen. Acht Plätze Unterschied bei Hertha BSC. Sich jetzt erst über die Relegation drin gehalten im Rückspiel. Auf die habe ich auch gewartet. Ich wollte die Saison quasi komplett abgeschlossen haben, bevor ich die Saisonprognose auf die reagiere. Ja, Platz 16, Dardai hat den Spirit. Das ist echt ein sehr ordentlicher Kader. Vielleicht können sie ja sogar reinspringen in die Lücke von europäischem Fußball. Heilige Scheiße. Auf Platz 9 folgt dann die TSG Hoffenheim. Die haben jetzt für mich keinen Kader, der irgendwie nach Europa stoßen sollte. Also das ist schon gerade Hoffenheim, ja recht, ja, wie soll man sagen, ein bisschen graue Maus, ziemliches Mittelfeld gerade eine Kader und da passt er mit Platz 9 besser als letzte Saison, glaube ich, wenn eben auch ein bisschen weniger Corona-Fälle und sowas da sind. Weil der Kader ist jetzt auch nicht so komplett kacke. Aber ich glaube, die werden es schon irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Das tut dann nach dieser Berlin-Prognose gerade mit 8 Plätzen Unterschied wieder gut, weil 0 Plätze Unterschied genau richtig getippt. Inhaltlich trotzdem ein bisschen fraglich, dass ich Hoffenheim da quasi internationalen Anspruch irgendwie abgesprochen habe. Die waren ja teilweise sogar auf Champions League Kurs. Aber ey, am Ende Platz 9, 0 Plätze Unterschied, nichts zu meckern. Top-Prognose. Und auf Platz 10 kommt jetzt auch ein ziemlicher Tricky-Verein. Und Jürgen Berlin kommt jetzt. Ja, ich werde es jetzt nicht irgendwie aus schlechten Gründen oder irgendwie aus Schadenfreude wieder auf Relegation tippen, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es könnte sein, die typische erste Dreifachbelastung, sowas potenziell. Ist dann auch in der Quali dafür, haben wir noch eine Runde zu spielen, um überhaupt reinzukommen in den Wettbewerb. Aber keine Ahnung, die machen das schon gut dort, muss man schon so sagen. Gute Vorbereitung auch gewesen. Kato ist schön groß mittlerweile für die Dreifachbelastung. Aber ich glaube nicht nochmal, dass er wirklich ernst von unseren Top 7, also in die Euroleague-Quali, sonst was Quali, über die Tabelle reinstoßen können. Deswegen einfach keine Abschiebsgefahr, aber auch nichts Höheres. Platz 10. Ja, und Jürgen Berlin habe ich mal wieder deutlich unterschätzt. Platz 10 getippt, am Ende Platz 5. Also Respekt, Platz 5, Dreifachbelastung war auch kein großes Thema für die. Während sie sie hatten, die sind ja schon früh rausgeflogen in der Gruppenphase, aber während sie sie hatten, war es auch kein Thema. Auch so ein großer Abgang, so ein, zwei Spiele kurz Problemchen gehabt, dann direkt wieder aufgefangen. Sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Platz 5, Europa League, die beste Saison für Union. Ich auf Platz 10 getippt, das war ja nicht so gut. Und dann kommen wir zu unserem VfB, den ich auf Platz 11 getippt habe. Gehen rein, weiterhin mit Pellegrino Materazzo, natürlich ganz logische Geschichte. Letzte fünf Saisons war es eben der neunte Platz, dann der zweite in der zweiten Liga. 16.7. und der erste Platz in der zweiten Liga wieder. Zugänge, ne, Florian Müller, 5 Millionen, Armada für 1,5, wir nennen hier wirklich mal alles, was wir haben. Führig für 2,5 Millionen, Bejas ablösefrei, Nathailaie vorbei, Sanko hochgezogen vom VfB 2, Ito habe ich jetzt auch mal reingezählt, auch wenn er offiziell noch beim VfB 2 eingetragen ist. Abgänge eben, González für 23,5 Millionen, Kobel für 15 Millionen, Maffio wurde ausgeliehen, Kral ist nach Frankfurt, Kaminski ablösefrei gewechselt nach Schalke, Avucca, Aydonis wurden ausgeliehen, Mack ist nach Ungarn und Castro wurde nicht verlängert und hat auch noch keinen aktuellen neuen Verein gefunden. Gute Kadergröße, muss ich sagen, abhängigen konnten wir sehr gut ersetzen, würde ich sagen. Kader ist auf jeden Fall nicht schlecht als letzte Saison. Wir müssen ja wieder darauf hoffen, dass halt die Talente das liefern, was man sich erhofft, bei eben weiterhin dem jüngsten Kader der Liga, 30 Spieler und eben 23,6 Jahre im Durchschnitt und einem Marktwert von 164,55 Millionen Euro. Vorbereitung lief ja auch wirklich in Ordnung, also 4 Siege, 2 Unschieden, 1 Niederlage aus eben 7 Testspielen. Saison statt wird sein, Fürth zu Hause, Leipzig auswärts, Freiburg zu Hause, Frankfurt auswärts und Leverkusen zu Hause. Pokal, sehr, sehr angenehme Runde, 0 zu 6 gewonnen beim BFC Dynamo. Was ich jetzt hier so ein bisschen meine Aufsteigerung quasi nenne, also bei uns, Bielefeld und Co., ist quasi wie es aussah nach letzten Aufstiegen. Also letzter Aufstieg war 16, 17, dann war mal 7. und sind dann 16 über die Regulation und dann wieder 18, 19 abgestiegen. Also ich glaube schon, es wird eine schwere Saison, eine schwierigerere als die erste vermutlich, wegen eben diesem typischen Ding von der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder absteigen werden, wie wir es beim letzten Aufstieg quasi getan haben. Ich glaube aber auch nicht wieder in Richtung Groß-Einstelligkeit oder Europa oder was auch immer. Auch wenn da, wie gesagt, eine Lücke aufgehen könnte. Ich sehe gefühlt mehr Abstiegskandidaten als irgendwie Kandidaten für die jeweiligen europäischen Wettbewerbe, so zu übertrieben gesagt. Aber so einfach Mittelfeld, drinbleiben, sind wir alle sehr zufrieden. Klassenerhalt ist das Ziel Nummer 1. Abgestiegen sind wir nicht, aber es wurde natürlich deutlich, deutlich enger, als es so zu erwarten war vor der Saison. Erst letzte Sekunde gegen Köln. Endo trifft nach Vorlage, nach Weitergabe von Hiroki Ito. Und ich auch genannt habe als Neuzugabe halt eher für die zweite Mannschaft. Aber gut, wir hätten damit rechnen können, dass er so eine Saison spielt. Aus der zweiten japanischen Liga gekommen. Generell Kader nicht ganz perfekt eingeschätzt. Aber muss man immer sagen, auch gerade mit Talenten ist immer so ein bisschen eine Lotterie. 2021 ist gefühlt jeder durchgestaltet so nach der Aufstiegssaison. In dem ersten Jahr nach dem Aufstieg gefühlt jedes Talent lief so. Jetzt eher weniger. Wenn wir mal jetzt mal Fahir nehmen, Bejas oder so. Auch in Koulibaly und sowas. Klimovic haben auch gefühlt 2021 bessere Saisons gespielt als jetzt. Aber auch so generell, so Kobel und Gonzalez haben wir gut ersetzt. Der Kader ist für mich nicht schlechter als letzte Saison. Würde ich nicht so voll zustimmen jetzt so in der Reaction auf die Prognose. Aber ey, wir sind drin geblieben. Klassenheit war das Hauptziel. Dieses Reinrücken europäische Wettbewerbe war absolut nie drin. Nächste Saison vermutlich auch nicht. Weiterhin gilt Klassenheit Ziel Nummer 1. Danach kommt der SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich. Und der Kader ist quasi der gleiche wie der letzten Saison. Deswegen ist es auch die Tabellensituation quasi der gleiche Tabellenplatz wie letzte Saison. Die werden sich halt weiterhin wieder drin halten. Werden eine gute Arbeit machen. Wäre hart aus nichts, wenn die in diese Europa-League-Lücke reinrutschen würden. Aber Freiburg kannst du gefühlt alles zutrauen. Du kannst nicht auch wieder einen Abstiegskampf zutrauen. Das ist schwierig zu sagen. Aber es ist quasi der gleiche Kader. Also können sie mit dem auch quasi das gleiche erreichen. Einfach Mittelfeldplatz und drinbleiben. Der SC Freiburg ähnlich wie Union auch komplett unterschätzt von mir. Pokalfinale, jetzt Platz 6, Europa-League-Quali. Grandiose Saison. Aber vor der Saison nochmal muss man halt auch sagen, das ist eine Prognose vor der Saison. Ist ja klar. Und da war der Kader, wie gesagt, der war gefühlt 1 zu 1 der Kader. Und Freiburg ist immer irgendwo eine Wundertüte. Spielen sie beim Abstiegskampf, halten sich drin. Rot vielleicht doch mal ein bisschen eher hoch. Aber so eine Saison, Platz 4 lange greifbar gewesen, Champions League lange greifbar gewesen. Jetzt am Ende dann Europa-League. Da hätte doch kein Mensch mit gerechnet. Dahinter auf Platz 13 folgt Mainz 05 mit Bo Svensson. Also ich glaube es aber trotzdem nicht, dass sie diese kranke Euphoriewelle der letzten Rückrunde, die haben ja glaube ich eine Champions League Rückrunde gespielt, zu weiterspielen. Das passiert im Normalfall eigentlich nicht. Weil diese Drucksituation ist weg, diese Euphoriewelle ist weg. Deswegen, der Startstart wird schon ein bisschen neutraler, ein bisschen kälter sein, als noch diese kranke Rückrunde. Trotzdem glaube ich, dass sie mit Bo Svensson einen Ticken klarer noch quasi in Klassener als sichern können, als dann letzte Saison so kurz vor Schluss. Mainz finde ich ist ein bisschen komisch jetzt mit der Prognose. Weil ich bin tatsächlich inhaltlich echt zufrieden damit so. Die Saison war deutlich ruhiger als noch die Rückrunde natürlich, auch von der Euphorie her und so weiter. Und auch vielleicht von manchen Spielen und Ergebnissen her ruhiger als diese krasse Euphoriewelle und diese Klassenheits-Euphoriewelle von Bo Svensson damals. Am Ende 8er, das sind 5 Plätze Unterschiede, die ich getötet habe. Aber Mainz war für mich nie so krass Anwärter auf europäischen Wettbewerbs, so auf Platz 7, auf Platz 6. Also für mich passt das weiterhin die Prognose, dass halt Mainz den Klassenhalt einfach sicherer sichern wird. Und dann der FC Augsburg auf Platz 14. Wird wieder, glaube ich, einfach so eine Augsburg-Saison. Bin mal gespannt, ob auch ein Weinzierl bis zum Saisonende auf der Bank hocken bleibt. Bin ja so ein bisschen geschält als VfB, für was das angeht. Aber ich glaube, die werden sich schon irgendwie wieder drin halten. Die Prognose hat gepasst, die hat gepasst. Ich finde, Augsburg hat eine Augsburg-Saison gespielt. Am Ende 14er geworden, was ich auch getippt habe. Null Plätze Unterschied, Volltreffer. Sehr schön auch zu sehen mal wieder hier. Nach den paar Vereinen hier davor. Weinzierl hat es durchgehalten bis zum Ende der Saison. Aber auch nur bis dahin. Jetzt ist er ja auch weg. Also ich finde der Augsburg-Take komplett in Ordnung. Platz 15 der VfL Bochum. Ja, und vom Gefühl her hält sich ja meistens ein Aufsteiger auch irgendwie drin. Hier ist auch wieder das Ding gleich mit dem Platz 16 der Regulation. Das ist auch so ein absolutes 50-50-Ding. Auch vom Gefühl her glaube ich, dass sich Bochum tatsächlich drin halten könnte. Also es war am Ende deutlich solider, was Bochum da gemacht hat, als ich es erwartet hätte. Platz 13, zwei Plätze besser, als ich sie getippt hätte. Aber am Ende des Tages Klassenerhalt. Tipp war, war ich wirklich in Ordnung so. Ein Aufsteiger ist drin geblieben, der andere ist abgestiegen. Hatte ein gutes Gefühl bei Bochum und das hat sich auch bestätigt. Auf Platz 16 folgt dann nämlich der 1. FC Köln mit neuem Trainer Steffen Baumgart. Also die Vorbereitung war ja wirklich von Ergebnissen nicht verkehrt. Bin auch sehr gespannt auf Baumgart in der 1. Liga dann. Aber keine Ahnung, der Kader irgendwie vom Gefühl her ist es der nicht. Also der Kader ist irgendwie schwierig, finde ich. Das ist mir gar nicht mehr wirklich gut vorstellt, dass es auch nochmal so eine Doppelserie gibt. Eine Regulation-Doppelserie quasi, wie es Hamburg doppelt gemacht hat hintereinander. Wolfsburg doppelt hintereinander. Könnte ich mir jetzt auch Köln vorstellen. Ist aber halt auch wieder so ein 50-50-Ding zwischen jetzt auch Bochum und Köln eben. Also es ist genauso gut, könnte auch Bochum in die Regulation müssen. Enges Ding da unten. Aber so lasse ich mal Köln auf 16. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, in dem ich mich eigentlich von jeglichen Saisonprognosen, von welchem Fußballfachwissen, mal wieder verabschieden kann eigentlich. Also Köln auf 16. Neun Plätze, Unterschied, das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung. Ich möchte den kennenlernen, der mir vor der Saison erzählt hätte, Köln wird siebter. Spielt Conference League letztes Jahr. Nach der letzten Saison. Relegation gerettet gegen Kiel. Der Kader, wie gesagt, der war ja gefühlt 1 zu 1 das Gleiche. Da war auch zu dem Zeitpunkt, wo die Prognose aufgenommen wurde, doch absolut nicht klar, dass Modest auf einmal wieder eine komplette Breakout-Saison bekommt. Der war, glaube ich, noch ausgeliefert letztes Jahr irgendwo hin. In Frankreich oder sowas. Der war eigentlich gar nicht richtig in den Plänen drin. Denn der Kader ist auch gar nicht so krass. Die haben auch gar nicht so heftig verstärkt den Kader so. Das war einfach wirklich eine krasse, krasse Leistung von Köln und eben auch von Steffen Baumgart als neuen Köln-Trainer. Und damit sind wir bei den Absteigern. Nummer 1 leider. Arminia Bielefeld auf Platz 17. Ja, und wie gesagt, meist erwischt es irgendwie ein Aufsteiger in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Und da ich uns da eben nicht sehe und auch nicht sehen will, sehe ich da leider Bielefeld. Also der Kader ist ein bisschen klein. Qualität und auch Quantität fehlt dann eben ein bisschen. Kann gut sein, dass es wie 2.10, 2.11 wird, dass sie eben sich eine Saison drin halten und in der zweiten Saison danach wieder den Weg runtergehen müssen. Nach der Katastrophe auf Platz 16, wenigstens der Volltreffer auf Platz 17. Null Plätze, Unterschied Arminia Bielefeld richtig getippt. Ich glaube auch nicht die Weltmeisterleistung jetzt hier, Bielefeld auf 17 zu tippen. Aber immerhin, ich nehme es komplett mit. Prognose, Treffer, inhaltlich, alles in Ordnung. Bielefeld eben dann der Absteiger gewesen, der in der zweiten Saison, in der verflixten zweiten Saison nach dem Aufstieg eben runter muss. Und dann auf Platz 18 bleibt nur noch ein Klub übrig. Kreuter führt, ja, ich glaube es ist dieser eine Aufsteiger sein könnte, den es halt auch meist erwischt. Also gefühlt hält sich ja meistens einer drin und kommt dann doof in der zweiten Saison nach dem Aufstieg halt dann quasi hinterher und steckt dann da ab. Kann gut sein, dass es eben so wird wie 2.11, 2.12, obwohl ich jetzt natürlich die Saison nicht mehr im Kopf habe. Aber eben auch, dass sie da recht abgeschlagen als 18 da absteigen. Einfach wegen der Qualität. Klar, als VfB sagt es komisch, weil wir haben den jüngsten Kader der Liga bei uns war letzte Saison auch ähnlich. Auch Wundertüte, der muss halt klappen, die Talente. Kann bei Fürth auch zünden. Aber natürlich erstmal komisch, so ein Wundertüten-Kader, dann noch nicht Bundesliga erfahren. Auch zweitjüngster Kader der Liga spricht vieles gegen Fürth gerade. Ich finde es auch wirklich schade, weil auch wegen der Nähe zu meinem Studienort natürlich, die Auswärtsfahrten werden sehr nah nach Fürth. Aber ich sehe es bei Fürth irgendwie gerade absolut nicht. Wenn sie sich drin halten, dann Respekt. Und dann zum Schluss noch Kreuter Fürth auf Platz 18. Aber ich glaube, die da hinzutippen, haben die meisten gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht allzu viel schwieriger, als die beiden auf Platz 1 zu tippen. Aber für Fürth ging es recht klar. Schon vom Spieltag 1 an fast recht klar wieder runter. Extrem junges Team. Nicht wirklich das Bundesliga-Niveau. Für Fürth ging es klar wieder runter auf Platz 18. Und damit kann man noch ein kurzes Fazit machen, gerade auch im Vergleich zur letzten Saison. Und ich dachte echt, dass diese Saison richtig, richtig scheiße war, die Prognose. Wenn ich so über die Saison hinaus die Tabelle geschaut habe, dachte ich mir echt, boah, da habe ich schon ziemlich ein Bullshit gelabert. Habe ich auch, aber ich glaube, es ist vor allem das Gefühl von diesen paar Vollkatastrophen. Von Hertha auf der 8, von Köln auf 16. Weil im Direktvergleich, gerade zur letzten Saison, die ich noch als ganz gut im Kopf hatte, die Prognose zur letzten Saison, ist da gar nicht so viel Unterschied. Wir haben 50 Plätze insgesamt falsch gehabt quasi, aufsummiert in der letzten Prognose. Und nur zwei Stück, zwei Vereine genau richtig getippt von der Platzierung her. Dieses Jahr waren es sechs Plätze mehr, also 56 Plätze insgesamt aufsummiert falsch gelegen. Aber dafür halt sechs Plätze genau richtig getippt. Sechs Vereine genau richtig prognostiziert. Also schenkt sich tatsächlich gar nicht so viel. Also lasst mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare zur Prognose. Gerne auch zu den absoluten Vollkatastrophen. Aber natürlich auch gerne drin lassen, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja bestimmt, ein paar von euch haben bestimmt auch selber privat oder so eine Prognose gemacht. Letztens so, lasst gerne mal da drin, was ihr so getippt habt. Ich will auch eure Vollkatastrophen sehen. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.